Hallo liebe Forger zu einem neuen Video zu Forge of Empires. Heute mal mit einem ganz speziellen Thema, aber auch einem neuen Format und zwar den sogenannten Dia-Welten, Diamantstätten, wie auch immer sie genannt werden. Zunächst sollte man wissen, dass Diamanten die einzige Währung sind, die weltenübergreifend genutzt werden kann. Gerade das macht ihr auch so attraktiv, denn egal auf welcher Welt ihr Diamanten sammelt, die könnt ihr auch immer auf eurer Hauptwelt benutzen. Und das ist gerade deswegen interessant, da Diamanten ansonsten, wenn man sie halt nicht jetzt über Wunschbrunnen oder andere Gebäude erhält oder vielleicht auch als Belohnung, aus den Gildengefechten bzw. aus den Gildenexpeditionen käuflich erworben werden müssen. Also da müsst ihr echtes Geld für ausgeben und das wollen sich halt viele sparen und so ist es auch möglich, also bei dem Bespielen von vielen Dia-Welten entsprechend viele Diamanten zu bekommen und so halt darauf verzichten zu können. Ja, für den Einsatz von Diamanten hatte ich schon mal in Videos entsprechende Hinweise gegeben. Also vor allen Dingen natürlich lohnt es sich, die für Stadterweiterungen zu nutzen. Eine Stadt kann nie genug Platz haben. Ich glaube, das hat auch der FOE-Tipps mal gesagt und deswegen ist es ganz wichtig, wenn ihr in ein neues Zeitalter kommt, bekommt ihr jeweils zwei Diamanterweiterungen, die ihr auch stellen könnt, die auf jeden Fall einzusetzen und den Platz gut zu nutzen. Ja, zum anderen ist es auch so, dass die Diamanten gerne in entsprechenden Events genutzt werden, um vielleicht ein zweites, vielleicht sogar ein drittes Eventgebäude stellen zu können, wenn diese Eventgebäude besonders interessant sind. Nichtsdestotrotz, auch wenn ihr jetzt vielleicht noch nicht so weit seid und diese Notwendigkeit seht, bietet es sich bestimmt an, vor allen Dingen, wenn ihr wirklich Spaß am Spiel habt. Denn man muss einen längeren Atem mitbringen, wenn man auch diese Nebenwelten aufbaut, diese damit schon mal zu beginnen. Und wie man das macht, welche Forschung ich jetzt zum Beispiel wann priorisiere und so weiter und so fort, daran möchte ich euch einfach ein bisschen teilhaben lassen. Ich habe ein paar Städte schon aufgebaut, bin aber bei allen noch relativ am Anfang. Also meine Hauptwelt liegt ja auf Odrova. Meine zweite Hauptwelt, möchte ich sagen, ist Wingrit. Und ja, dann habe ich ein paar weitere Städte aufgebaut, die aber auch immer mehr von funktionierenden Städten zu DIA-Welten umgebaut werden. Lediglich bei mir warte ich jetzt eigentlich darauf, dass mal Events kommen, wo man auch nochmal in einer größeren Menge die entsprechenden Brunnen erhalten kann, die ja der Haupt-Diamant-Bringer sind. Es gibt zum einen halt die sogenannten Wunschbrunnen. Es gibt die Jungbrunnen, die haben jeweils eine Größe von dreimal drei Feldern, ergo neun Stück. Und dann gibt es noch entsprechende Schrumpfkits für diese beiden. Also insgesamt sind es eigentlich diese vier, man könnte sagen, vier Dinge, die die Spieler interessieren auf den Welten. Also wenn es um die Belohnungen geht jetzt aus den Events. Nun ist es aber auch so, dass die Brunnen auch nochmal in sogenannte Teile zerlegt werden. Es gibt diese Puzzle, die kennt ihr vielleicht auch von anderen Gebäuden, wie zum Beispiel dem Schrein des Bissens, den ihr zusammensetzen könnt. Straße der Ehre, Ehrenstatue und so weiter und so fort. Und genauso ist es halt auch mit diesen Brunnen und auch mit den Schrumpfkits dazu. Also auch die Teile davon, die man dann zusammensetzen kann, sind nicht uninteressant. Ansonsten beschränken sich diese Diamantenstädte wirklich so aufs Notwendigste. Ich habe eben schon mal erwähnt, dass es auch möglich ist, entsprechende legendäre Gebäude hinzustellen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht einfach mal, wir gucken uns mal meine Hauptwelt an. Denn dort ist es so, ich habe alle Wunschbrunnen, alle Jungbrunnen, die ich hier stehen hatte, eingelagert und dann verkauft beim Antiquitätenhändler. Also hier habe ich mich wirklich darauf konzentriert, meine Welt voranzubringen. Aber meiner Meinung nach haben diese Gebäude, die ich eben erwähnt habe, auf der Hauptwelt, die man bespielt, nichts zu tun. Und auf meiner zweiten Hauptwelt oder auf meiner Hauptnebenwelt, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dort gibt es keinen Brunnen, der aufgebaut ist. Ja, da konzentriere ich mich auf andere Dinge. Nun gehen wir einfach mal in irgendeine Welt rein. Ich glaube, eine, die ich relativ früh aufgebaut habe, war Uzeria. So, hier habe ich jetzt schon ein paar Wunschbrunnen stehen. Aber ihr seht, hier finden sich auch noch andere Gebäude und das auch nicht ohne Grund. Also so eine Wunschbrunnenwelt, eine Diawelt aufzubauen, eine Brunnenwelt oder eine Diawelt aufzubauen, ohne andere Gebäude zu setzen, ist schwieriger. Da ihr in den Events also nicht die Quests entsprechend schaffen könnt. Also aktuell läuft ja jetzt zum Beispiel auch noch ein Event, beziehungsweise jetzt ist eigentlich heute tatsächlich die letzte Quest, die gerade läuft, vom Sommerevent. Leider war es beim Sommerevent so, es gab keine Möglichkeit, direkt Wunschbrunnen oder Jungbrunnen oder die entsprechenden Kids, Schrumpfkits dafür zu erhalten. Sondern nur halt diese Puzzleteile. Kann ich euch mal zeigen, wie das dann aussieht. Das sind dann hier, ja, Fragment ist auch das bessere Wort. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel, wenn ich noch zwei Fragmente vom Wunschbrunnen habe, kann ich einen weiteren Wunschbrunnen zusammensetzen. Bei den Wunschbrunnen-Schrumpfkits ist es so, noch fünf Stück. Dann habe ich die Möglichkeit, einen Wunschbrunnen, den ich gestellt habe, zu schrumpfen. Statt 3x3 haben die dann eine Fläche von 3x2. Also ich spare 30%, 33% des Platzes ein. Und Platz ist natürlich auch ein limitierender Faktor. Also ich bin jetzt hier in der Eisenzeit, könnte jetzt natürlich durch den Einsatz von Diamanten weitere Erweiterungen kaufen. Aber das, denke ich, macht nicht so viel Sinn. Also dann müsste ich ja erstmal wieder ordentlich ausgeben und das wieder reinholen. Das dauert entsprechend länger. Siegerweiterungen, ja, ist eine Schwierigkeit. Würde ich jetzt auch vom Thema ein bisschen wegkommen. Ich denke, grundsätzlich solltet ihr schauen, was das Zeitalter angeht. Also ich möchte da keine Vorgabe geben, aber der Platz sollte ausreichen. Also ich hätte jetzt hier noch Platz, um weitere Wunschbrunnen hinzustellen. Ich könnte noch entsprechende Wunschbrunnen auch schrumpfen. Die Eventgebäude, die baue ich in erster Linie tatsächlich wegen der Bevölkerung. Und in zweiter Linie auch im Güter zu erhalten beispielsweise. Ganz wichtig zu wissen, Wunschbrunnen, also auch Jungbrunnen, bieten halt eine entsprechende Wahrscheinlichkeit. Das kann man alles nachschlagen. Das können wir auch mal gerne gemeinsam machen. Eine entsprechende Wahrscheinlichkeit, Diamanten zu erhalten. Aber natürlich auch andere Dinge wie Güter beispielsweise. Hier steht es gar nicht. Moment, Wahrscheinlichkeit, da haben wir es. So, hier. Also die Wahrscheinlichkeit jetzt zum Beispiel liegt bei Diamanten bei 1,08%, bei Medaillen bei 8,65%, bei Forgepunkten 9,73%, Münzen 25,41%, Vorräte, leicht darunter 24,86% und Güter 30,27%. Das bedeutet, wenn ihr das im Prinzip, also wenn ihr Wunschbrunnen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Diamanten zu erhalten, am geringsten. Das bedeutet automatisch, ihr braucht möglichst viele Wunschbrunnen, um auch entsprechend viele Diamanten zu erhalten. Ja, deswegen, also hier sowas zum Beispiel ist nett, aber das ist eigentlich auch noch gar nichts. Also da sollten noch deutlich mehr hin und das ist auch mein Ziel. Solange ich den Platz, der sonst frei wäre, aber nicht benötige, kann man natürlich auch jedes andere Gebäude hinstellen. Ich habe Vorratsproduktion zum Beispiel hier, vor allen Dingen um die Quests zu lösen in den entsprechenden Events. Ich habe mir die Ehrenstatue hingestellt, die mir auch nochmal ein bisschen Forgepunkte bringt. Für Bevölkerung habe ich jetzt zum Beispiel das gigantische Rad. Dann kann ich auch noch ein bisschen kämpfen mit dieser Stadt. Ich habe deswegen hier 15% Angriffzarmee. Ich habe die Kampfgebäude gebaut, zu denen ich aktuell Zugang habe ohne Probleme und die auch auf Stufe 10, beziehungsweise die Zeus-Statue sogar auf 15 gebracht. Ich spiele auch, zumindest jetzt in diesen ersten Welten, die ich aufgebaut habe, die Gags bis Stufe 3, beziehungsweise Stufe 4, erste große Plattform durch. Die bringt nämlich auch nochmal, also die erste Plattform Stufe 4, 50% Wahrscheinlichkeit auf zwei Blaupausen für den Reliktempel. Und Reliktempel ist, finde ich, ein Must-Have-Gebäude, legendäres Gebäude, wenn man die Gags spielt, um die Wahrscheinlichkeit an Forgepunkten zu haben, Terrassenfelder und so weiter und so fort. Also wenn ihr Platz habt, könnt ihr natürlich alles hinstellen, aber wenn der Platz jetzt eng wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Dinge abreißen, also zum Beispiel hier diese Menagerie, die könnte man, oder die Menagerien, die könnte man abreißen. Die bringen halt Güter, die Münzen sind relativ egal in so einer Dia-Welt, also das produzieren ja auch die entsprechenden Brunnen. Güter auch, aber mein Güterbedarf ist halt relativ hoch, dadurch, dass ich hier noch die Gags spiele. Die Gags bringt im Durchschnitt pro Durchlauf, also pro Woche, 200 bis 210 Diamanten. Das heißt, wenn ihr es schafft, die auch komplett durchzuspielen mit Gütern, mit Kampfeinsatz, dann könnt ihr nochmal 210, im Durchschnitt 210 Diamanten pro Dia-Stadt extra ziehen. Bei 20 Städten, die es insgesamt gibt, beziehungsweise 19, könnt ihr euch ja ausrechnen, seid ihr bei ungefähr 3.800 Diamanten pro Woche, wenn ihr überall die Gags durchspielt. Da müsst ihr aber, da dürft ihr keinen Job haben. Also das würde man, glaube ich, so nicht schaffen. Also das ist einfach zeitaufwendig und ich glaube, das lohnt sich dann auch nicht wirklich. Also vor allen Dingen, wenn ich eine Dia-Stadt habe, die entsprechend viele Wunschbrunnen, Jungbrunnen hat, dann ist das nicht unbedingt notwendig. Also dann würde es keinen Sinn machen. Im Moment mache ich es halt mehr aus Spaß an der Freude, werde aber meine Taktik, auch was die Dia-Städte angeht, wirklich ändern. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auch legendäre Gebäude wieder einmotten. Ich werde irgendwann die Event-Gebäude einmotten, denn die Brunnen benötigen keine Bevölkerung und keine Begeisterung. Das heißt, das sind alles Dinge. Im Prinzip reicht es, ihr habt ein Rathaus, Straßen und die entsprechenden Brunnen. Was anderes braucht ihr da nicht. Deswegen, das macht die ganze Sache so attraktiv. Ja, also ich hatte gesagt, entweder ihr mottet dann Gebäude ein, wenn es halt zu eng wird. Verkauft die einfach oder natürlich Zeitaltersprung. Also ins neue Zeitalter gehen. Ihr werdet möglicherweise irgendwann durch die Brunnen so viele Güter, so viele Forgepunkte bekommen, dass auch das Forschen nicht so das Riesenproblem ist. Ihr braucht vielleicht ein bisschen länger als jetzt auf der Hauptwelt, bis ihr mal, keine Ahnung, so eine Kolonialzeit durchgeforscht habt oder sowas. Aber ihr gewinnt an Platz. Und da könnt ihr dann entsprechend weitere Wunschbrunnen und Jungbrunnen, fassen wir es mal zusammen, Brunnen hinstellen. Was auch noch ganz interessant ist, so als Gebäude, vor allen Dingen, wenn man vielleicht doch noch irgendwie so ein bisschen Vorratsproduktion hat und man möchte jetzt nicht unbedingt ein Eventgebäude stehen lassen. Das ist ein Special-Gebäude, der Leuchtturm, beziehungsweise ist eigentlich auch ein Eventgebäude, der große Leuchtturm, voll ausgebaut. Der hat aber auch, ich glaube, acht oder neun Stufen. Gab es, gibt es jetzt aktuell noch beim Sommer-Event, zumindest die entsprechenden Kits dafür. Also ich glaube, das ganz voll zu bekommen in diesem Event war gar nicht so einfach. Da musste man schon sehr viel online sein und schauen, ob das Rad einem wohl gesonnen ist und entsprechend viele Dublonen dafür ausgeben. Wir können ja mal gerade schauen, ob es jetzt zufällig drin ist. Hier ist es jetzt auch das Fischer-Pier, was drin ist. Und ja, also das wäre vielleicht auch noch eine Option, zumindest zumal auch dieser große Leuchtturm, ich glaube, eine sogar fünfprozentige Chance auf Diamanten gibt. Wenn ich mich gerade nicht täusche. Ja, ich gucke mal, großer Leuchtturm. Ich will euch ja keinen Quatsch erzählen. Ich schaue mal gerade nach. Großer Leuchtturm. Stufe 1, ja klar. So, genau. Jetzt gehen wir mal in Stufe. Oder wir machen es anders. Ich meine da 8. 8 sieht gut aus. Ja, also Stufe 8 ist es dann 5% Wahrscheinlichkeit. Ja, 5% Wahrscheinlichkeit auf 25 Diamanten, 40% Wahrscheinlichkeit auf Forge-Punkte, 12 Stück, 40% auf Güter, 50 Güter und nochmal auf Medaillen. Eine 15%ige Wahrscheinlichkeit zeitalterabhängig. Und der Rest, wie ihr seht, ist zeitalterunabhängig. Das heißt, dann bekommt ihr entsprechend die 25 Forge-Punkte Diamanten. Der Wunschbrunnen liefert, das habe ich noch gar nicht erwähnt, 50 Diamanten, also wenn er denn drankommt. Ein sinnvolles Gebäude wäre hier natürlich die blaue Galaxie, die halt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also umso höher die gelevelt wurde, umso besser, also umso höher die Wahrscheinlichkeit, die Produktion, die ihr gerade erntet, zu verdoppeln, also bis zu verdoppeln. Ne, die wird genau verdoppelt, aber die Wahrscheinlichkeit steigt bis auf 50%. So wollte ich das eigentlich sagen, genau. Also das wäre auch nicht uninteressant, aber Güter, beziehungsweise dann auch die Forge-Punkte dafür zusammenzubekommen, ich glaube, da hat man schon entsprechend viele Brunnen in einer Stadt stehen. So, genug geschwafelt, beziehungsweise das Intro reicht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal eine an. Wir machen jetzt erstmal, ganz klassisch, wir gehen nochmal in die Übersicht. So, also ich habe jetzt heute, ich glaube, bestimmt nochmal irgendwie so neun Städte gestartet oder sowas. Ich war bisher tatsächlich irgendwie auf 5, dann habe ich gestern nochmal 2 oder so gestartet und jetzt heute den Rest. Und jetzt machen wir mal eine gemeinsam und dann möchte ich euch halt zeigen, wie ich da vorgehe. Nehmen wir mal Rupnia. Warum auch immer, ist völlig egal. Irgendwas, man kann sich irgendwas auswählen. So, nette Beschreibung kommt jetzt hier. So, ja, das ist jetzt, das sollte euch bekannt sein, wenn ihr schon mal Forge of Empires gespielt habt. Ich hoffe, ihr hört jetzt auch gerade nicht die Musik. Ich habe nämlich den Ton extra abgeschaltet, aber das kann man auch hier unten, ne? Musik und Soundeffekt und so ein Gedöns kann man abschalten. Und wir machen jetzt erstmal ganz stupide das, was das Ding hier von uns möchte. Ja, der Chef. So, wir setzen das da hin. Jetzt sollen wir es umsetzen. Also das ist, da gibt es auch noch kein Optimierungspotenzial oder sowas. Man muss dem so nachkommen. Ansonsten kommt man in dem Spiel nicht weiter. So, jetzt sollen wir forschen. Jetzt kommen wir das erste Mal in den Forschungsbaum. Wir sollen die Pfahlbauten erforschen. Das machen wir natürlich auch. Wir sind jetzt hier in der Bronzezeit angekommen. Und ich habe eben was zum Zeitalter gesagt. Also ich denke, die Eisenzeit sollte schon das Ziel sein, also die Eisenzeit durchzuspielen. Das Rathaus hat sich jetzt entsprechend angepasst. Wir sind in der Bronzezeit angekommen. So, jetzt Zufriedenheit, Bevölkerung, die Denkmäler errichten. Natürlich im Übrigen auch immer noch später sehr interessant, um Begeisterung schnell zu erzeugen. Also für Quests. So, wir machen genau das, was das Ding sagt. Hier bekomme ich jetzt einmal 100 Diamanten geschenkt. Aber gemäß dem Spruch, wie gewonnen, so zerronnen, soll ich die direkt wieder investieren in irgendwie ein bescheuertes Bevölkerungsgebäude. Aber auch das mache ich. So, jetzt ist das erste Mal im Prinzip so eine Art Spielstopp drin. Es gibt jetzt gleich auch nur noch einmal von diesem Kerl hier den Hinweis, was ich machen soll. Was wir jetzt erstmal machen, ist fast alles abreißen. Also, die Bäume werden auf jeden Fall abgerissen. Die sind uninteressant. Diese kleinen Produktionsgebäude hier für Vorräte, die kommen auch weg. Und jetzt fangen wir mal an umzustellen. Und da habe ich immer, und das werdet ihr auf meinen Welten so sehen, immer eine und dieselbe Strategie, wie ich das Ding aufbaue. So, ich verschiebe jetzt hier sogar die Wege, obwohl die kein Geld kosten. Aber wir wollen ja trotzdem ressourcenschonend arbeiten. Wir denken an die armen Tiere im Wasser und so weiter und so fort. So, ja. Jetzt habe ich hier noch einen übrig. So, das ist egal. Ne, da muss nur einer hin. Zack. So. Jetzt baue ich hier noch eine Straße hin. Das heißt, dann habe ich das wieder angebunden. Das Erste, was wir machen, ist jetzt erstmal noch ein paar Fallbauten dahinsetzen. So, ja. Das sollte jetzt erstmal reichen. Vielleicht kann ich gleich noch einsetzen. Jetzt gehen wir in die Forschung, entwickeln jetzt aber erstmal nicht die Speere, sondern die Töpferei. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir nämlich Töpfereien bauen. Und zwar am Anfang genau drei Stück. Dann hört es auf, weil dann reicht mein Münzbestand nicht mehr aus. Die Bevölkerung auch nicht. Bevölkerung könnte ich was dran tun, aber der Münzbestand einfach nicht. Da es nicht wehtut, könnte ich jetzt trotzdem aber hier noch einen hinsetzen. Das ist egal. Was ich jetzt auch direkt mache, ist, dass ich hier fünf Denkmäler hinsetze. Die reichen erstmal aus. So, jetzt haben wir das. Drei Stück haben wir. Jetzt starten wir die Produktion. Ich setze die auf eine Stunde. Am Anfang gucke ich also entsprechend häufiger rein. Jetzt habe ich noch sechs Forge-Punkte. Die Kampagne lasse ich erstmal komplett außen vor. Die interessiert mich nicht. Ich habe noch sechs Forge-Punkte. Die möchte ich investieren. Und zwar jetzt in dem Fall tatsächlich in Speere. Jetzt kommt hier der General Grivus. Ja, der erzählt mir jetzt auch nochmal hier was, was ich machen soll. Wir gehen auf die Karte der Kontinente. Springen hier zum ersten Sektor. Ja, also auf die erste Provinz. Wir sehen drei Sektoren. Und jetzt sollen wir kämpfen. Wir machen das genau so, wie es angegeben ist. Jetzt rennen wir im Schneckentempo rüber. Da zeige ich euch jetzt auch gleich mal, was ich da mache. Weil, das ist ja total nervig. Stufe 2. Ja, ihr seht hier unten diese zwei Pfeile. In dem Moment, wo ich gleich selbst angreifen kann, dass also den Kampf beenden soll, kann ich auch diese Geschwindigkeit direkt anpassen. Beendet den Kampf. So, ich glaube, dann meldet er sich auch nicht mehr. Das stelle ich auf drei Pfeile. Hol mir ein Danke ab vom Grivius oder wie der heißt. So, jetzt bekomme ich ein ganz tolles Angebot. Das lassen wir mal außen vor. Habe jetzt hier das geschafft. So, Sperrkampfkaserne. So, und jetzt würde ich erstmal warten. Wir haben noch drei Forge-Punkte. Und jetzt mache ich erstmal hier weiter mit dem Rad, was mir eine Erweiterung bringt. Diese Erweiterung kann ich dann setzen. Ja, jetzt ist es natürlich unser Ziel, dass wir Special Events freischalten, dass wir die Social Bar haben, damit wir Freunde, Nachbarn und so weiter haben. Wir müssen oder sollten dennoch einer Gilde beitreten. Wir haben hier irgendwann auch am Ende der Bronzezeit den Chat frei, die Freundestaverne. Aber Ziel ist es wirklich, hier im Prinzip bis in die Eisenzeit zu kommen, bis zum Ende. Und das finde ich ist eigentlich so, also zumindest für den Anfang, bis wirklich der Platz nicht mehr ausreicht, ein ganz gutes Zeitalter. Also da kämpfe ich auch relativ gerne mit den Legionären, meine ich, heißt die schwere Einheit. Wenn ihr das Glück habt, kann ich euch mal zeigen. Irgendwo habe ich ganz viele von diesen Dingern bekommen. Um, ich meine, es wäre, Mount Kilmore ist es nicht. Uceria waren wir eben, dann muss ich nochmal nach oben. Briskard könnte es sein. Das ist halt sehr praktisch, wenn man davon, ja, also ich habe hier fünf Agentenverstecke und ihr seht, ich produziere hier auch noch Güter extra. Also auch das ist nicht verboten, das kann man machen. Und hier habe ich auch nur ein paar Wunschbrunnen, habe sogar hier Piratenversteck auf Stufe 9, hole mir die Forgepunkte mit, baue hier an meinen auch legendären Gebäuden, also Reliktempel, Zeuse und Aachener See, die ist eigentlich schon so Standardkost. Das heißt, die Forgepunkte investiere ich da rein. Und das mache ich, also dieses ganze Drumherum, das mache ich tatsächlich eigentlich nur für die Quests der Events, also damit ich die schaffe. Wenn ihr das nicht machen möchtet, müsst ihr das aber auch nicht tun. Also wenn ihr sagt, nein, also ich hole mir täglich meine Belohnung aus dem Event ab, dann bekomme ich zwar nicht das Maximum an Eventressourcen, aber wenn dann im Spiel der Wunschbrunnen kommt, hier sind jetzt zum Beispiel diese zwei Fragmente, die man bekommen könnte, dann haue ich alles raus. Das machen auch viele so. Und ich glaube, wenn man 20 Städte bedient, wird das auch irgendwie mein Weg sein. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich dann ansatzweise auf allen Welten auch noch die Eventquests spiele, weil das sind ja schon einige. Also das waren jetzt hier 55 Stück. Wir hatten in einem Event, jetzt muss ich überlegen, welches das war, da gab es immer zwei gleichzeitig. Das war jetzt auch eins der letzten. Wildlife war es aber, glaube ich, nicht. Keine Ahnung, ist auch egal. Aber da müsst ihr dann so viel Zeit investieren. Da müsst ihr so viele Produktionen starten, einsammeln, machen, tun, Ereignisse sammeln, Einheiten rekrutieren. Keine Ahnung. Also dann macht es wirklich nicht so viel Spaß. Aber mit dieser Welt hier, hier bin ich übrigens auch aufgestiegen. Tatsächlich auch aus Platzmangel. Man sieht also hier wäre es jetzt zum Beispiel schon etwas schwieriger. Ich habe zwar noch, ich könnte ein bisschen bestimmt noch optimieren oder irgendwie auch tatsächlich irgendwie was einmodden oder sowas. Und dann könnte ich noch Wunschbrunnen hinstellen. Aber dann wird es schon eng. Und deswegen bin ich hier im Zeitalter gesprungen. Wenn ihr die Gags dann noch mitnehmen wollt, dann solltet ihr halt darauf achten, dass ihr einen entsprechenden Kampfboost habt. Also auch hier diese 94 Prozent sind dann noch, also sind dann schon ganz gut. Da könnt ihr so in der ersten und zweiten Stufe schon einiges wegkämpfen. Und der Rest wird verhandelt. Also wie gesagt, bis zur vierten Stufe. Erste große Plattform, damit ihr die Chance auf die Relikt-Tempel-Blaupausen habt. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, so. Ja, also hier brauche ich jetzt auch noch ein paar. Und dann könnt ihr die Gebäude, die legendären Gebäude auch so nach und nach ausbauen. Schaut, dass ihr in der Gilde seid, wo halt eine Arschenförderung eingesetzt wird oder angeboten wird. Und dann vermeidet bitte den Fehler in irgendwelche Ketten, Förderketten oder so zu investieren, sondern arbeitet wirklich mit diesen Arsche-Gruppen. Und dann kommt ihr mit dem Leveln dieser Gebäude relativ schnell durch. Also dann dauert das gefühlt irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, eine Woche für so ein Gebäude auf Stufe 10. Das sollte ja erst mal das Hauptziel sein. Und dann habt ihr schon die entsprechenden Belohnungen oder Vorteile dadurch. Also jetzt hier zum Beispiel der Aachener Dom, der ist auch noch nicht auf Stufe 10, der ist auf Stufe 8. Das heißt, da kriege ich jetzt auch noch mal 6% insgesamt. Also jetzt auf Stufe 9 noch mal 3, dann auf Stufe 10 noch mal 3. Also 6% kommen noch on top. Und deswegen finde ich, eigentlich ist das ein ganz cooles Gebäude. Und was ihr irgendwann machen könnt, wenn Platzmangel da ist, hier sowas zum Beispiel einmodden. Sofern ihr die entsprechende Bevölkerung habt, also wenn die ausreicht und auch Begeisterung. Aber das ist jetzt zum Beispiel das Riesenrad, lediglich auf Stufe 2. Also bei weitem nicht komplett ausgebaut. Man sieht aber im Prinzip, oder könnt ihr jetzt nachschauen, in welchem Event oder wann ich diese Welt gestartet habe, da ich dieses Gebäude nicht voll bekommen habe. Danach das Gebäude war dann hier das Adlonkloster. Dann kam der Adlerberg und dann jetzt zuletzt das Piratenversteck. Aber ihr seht, ich hätte jetzt auch gar keinen Platz mehr irgendwie großartig für ein Eventgebäude. Dann müsste ich mir auch überlegen, lohnt sich das jetzt oder nicht. Aber ich kann euch schon sagen, also von den nächsten zwei Events, die Hauptgebäude, die Eventgebäude lohnen sich meiner Meinung nach null. Also ich persönlich finde die uninteressant, dieses Golden Crops aus dem Herbst-Event, finde ich uninteressant. Genauso wie dieses Horror-Circus- irgendwas, Ketten, nicht Ketten, Setgebäude. Das ist nett, wenn man jetzt gerade anfängt und man schafft es, das komplett auszubauen. Dann hat man halt schon mal so eine gewisse Produktion an Forgepunkten, an Gütern und so weiter. Aber für jemanden, also selbst der nur so weit ist, wie ich hier, sind beide Gebäude eigentlich uninteressant. Und deswegen, ja, das ist meine Meinung dazu, meine persönliche Meinung dazu. Und dann möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Schaut immer mal nach, ob ihr vielleicht auch irgendwie so Schrumpfkits oder Brunnen oder sowas, vielleicht ist mal was zusammen. Also hier habe ich jetzt, das ist jetzt glaube ich eine andere Welt als das, was ich eben gezeigt habe. Hier brauche ich jetzt auch noch zwei Stück. Dann kann ich auch diesen Wunschbrunnen komplett zusammensetzen und aufbauen. Ihr bekommt halt keine gesonderte Meldung darüber. Also so im Eifer des Gefechts klickt man das dann schnell so weg, wenn man da irgendwie noch was bekommen hat. Da würde ich euch empfehlen, dass ihr das dann mitnehmt. Ja, habe ich eben von gesprochen. Großer Leuchtturm-Auswahl-Kit. Dieses Gebäude kostet hier jetzt 8100 Münzen und 27 von diesen Edelsteinen hier. Mache ich nicht. Also ich würde es jetzt nicht kaufen. So. Ich glaube, ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus. Ja. Gut. Ja. Das ist das jetzt. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich denn eben angefangen? Wie hieß denn das? Nein, es war irgendwas hier hinten. Rucknier, ne? Rucknier war es. Genau. In Rucknier habe ich angefangen und ja, da ist jetzt natürlich noch nichts passiert. Hier diese Pfahlbauten, da kann ich die Produktion, also diese Münzen, alle 15 Minuten einsammeln. Gilde, also ich habe eben gesagt, wenn ihr in die Gilde kommt, das ist ganz interessant, dann könnt ihr erst mal dieses sogenannte Gildenhopping betreiben. Das heißt, ihr geht in eine Gilde, in der ihr direkt beitreten könnt. Dann unterstützt ihr, das zeige ich euch jetzt woanders, dann unterstützt ihr die entsprechenden Spieler. Gehen wir mal, gehen wir mal nach Briskard. Spielt ja auch eigentlich keine Rolle. So. Dann habt ihr sowohl die Gilden hier, also die Gildenmitglieder, ihr habt aber auch die Nachbarschaft mit der Social Bar und dann könnt ihr in jedem Fall im Prinzip immer hier dieses sogenannte Moppeln, das könnt ihr machen, denn, na, das war jetzt doof. Oh, schauen wir uns die doch mal an. Okay. Ja, interessant. Also, sowas hier geht nur, wenn man Diamanten einsetzt. also neunmal, das ist jetzt ein schönes Beispiel, also neun, äh, viermal, sorry, viermal Piratenversteck auf Stufe 9, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, zweimal den Adlerberg. Dieser Spieler, diese Spielerin investiert definitiv Diamanten. das wäre sonst nicht möglich. Also, ich glaube, nicht mal ein zweites voll ausgebaut ist jetzt beim aktuellen Event möglich gewesen. Das sieht mir jetzt aber auch nicht nach der Hauptwelt aus. Also, Alcatraz auf Stufe 1, Reliktempel auf 4, ja, man kann auch hier mal in der Übersicht schauen, alles sehr harmlos eigentlich von den legendären Gebäuden her, aber umso interessanter, ähm, dass dieser Ankerplatz des Kapitäns bringt 8% Verteidigung der angreifenden Armee, hätte ich an der Stelle jetzt persönlich nicht gemacht. Ich hätte mich tatsächlich auf die Forge-Punkte konzentriert, also hier auf die Fischer, aufs Fischer-Pier, hätte das überall hingesetzt, sofern man dann das so bekommt, aber ich glaube, wenn man so viele Runden drehen muss, damit man die Piratenverstecke hier so ausbauen kann, da waren auch bestimmt viele Fischer-Piers dabei, das hätte ich persönlich dann eher gemacht, aber interessant, sowas mal zu sehen. Aber Moppeln bringt Münzen, ja, und bringt euch Blaupausen, so, und am Anfang, das zeige ich euch jetzt auch mal, ihr könnt das jeden Tag machen, alle 24 Stunden, hier bin ich jetzt auch, ja, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Welt, wo ich jetzt, ja, kämpfen kann, ich schon, aber selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr seht's auch, ne, aber ich blünder halt nicht, also ich greife dann nur an, aber selbst wenn ihr jetzt sagt, so für die Punkte irgendwie, ne, da, ähm, hole ich mir jetzt hier die mit, wenn ihr das könnt, okay, wenn nicht, dann, Moppelt alles durch, also auch das, was unter euch ist, ja, also die, die jetzt weniger Punkte haben, als ihr, ähm, weil, dann holt ihr euch da im Zweifel einfach noch Blaupausen, aber auf jeden Fall holt ihr euch Münzen, das bedeutet, ihr habt auf der neuen Nebenwelt, wo ihr dann so startet, und das könnt ihr, wie gesagt, mit den Gilden genauso, in den Gilden genauso machen, Moppeln, Gilde verlassen, nächste Gilde suchen, wo ihr direkt beitreten könnt, wieder Moppeln, raus, und dann wieder von vorne, das kann man im Prinzip bis zur Unendlichkeit weiterführen, und irgendwann habt ihr wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele, äh, Blaupausen auch zusammen, Alexa sagt, da ist ein Besucher, interessant, ne, ähm, dann habt ihr ganz viele Blaupausen zusammen, dann könnt ihr vielleicht auch schon so das ein oder andere Gebäude bauen, also zusammengefasst, in den Events auf Wunschbrunnen, auf Jungbrunnen, auf die Kids, äh, also die, äh, die, ähm, ja, wie heißen sie jetzt, die Teile da konzentrieren, ähm, also die Shrink, die, äh, Schrumpfkits auf jeden Fall, jetzt bin ich da hier, so, nochmal, äh, die Fragmente, auf die Fragmente könnt ihr euch konzentrieren, und dann, äh, ja, einmal am Tag schön einsammeln, alles einsammeln, blaue Galaxie, wenn ihr habt, ansonsten, es ist nichts verboten, es ist alles erlaubt, ja, schaut einfach mal, startet damit, fangt mal an, und teilt natürlich auch gerne eure Erfahrungen, wenn ihr vielleicht auch schon Städte aufgebaut habt, wenn ihr vorhabt, eine aufzubauen, äh, ich werde auf jeden Fall dann mit der Forschung auch weitermachen, wenn ich weitermachen kann, dann mache ich ein Anschlussvideo daran, an dieses hier, und, ähm, ja, dann schauen wir einfach mal, wie wir weiter forschen, und wie es da weitergeht, hier ist immer noch nichts passiert, gleich kann ich hier einsammeln, in einer Minute, und dann zeige ich euch aber auch, äh, ja, wie, wie ich hier weiterspielen würde, was ich hier machen würde, ich weiß jetzt nicht, ob ich das immer im Prinzip live schaffe, aber im Prinzip würde ich die Schritte dann so ausführen, und dann würde ich euch erklären, ja, ich habe jetzt hier noch ein viertes gesetzt, ich habe jetzt hier weiter ausgebaut, ich habe eine Erweiterung hier hingesetzt, und so weiter, so in der Form, noch eine Sache, die ich aber eigentlich auch immer mache, ist, dass ich das hier so dran setze, so, also so sieht es dann im Prinzip, so sieht es dann erstmal bei mir aus, im ersten Run, alles klar, wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, auch gerne in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut euch gerne auch meine anderen Videos an, ich denke, für den einen oder anderen ist da was bei, was einem vielleicht so ein bisschen hilft, neue Denkanstöße gibt, würde mich sehr freuen, alles klar, bis dahin, alles Gute und ciao.